hey leute willkommen zurück zum trash advance calendar da wir alle kein bock mehr haben auf fetter junge zockt was haben wir gehabt 500 jams durch die aktie 6 trashen wir jetzt eben in badrock weiter und trash ist in dem fall das richtige stichwort weil wir haben gerade schon mal eine aufnahme gehabt und ich habe hier ein bisschen was hochgesprengt worden ich habe irgendwelche krassen alter aber nicht so gut wenn hier sachen fehlen irgendwelche rassen fehler da drüben in der map drin da sind irgendwelche probleme die ich aber auch gerade nicht gefixt bekommen habe das heißt wenn wir jetzt da drüben in den baubereich zu weit reingehen dann leckt das spiel so was demonstrieren ja wir können das ja ich demonstriere das mal ihr könnt ihr könnt ja zu sehen ja ich porte ich einfach zurück ja du musst mich dann zurück porten also ich mach mal den ich kann das eigentlich auch zeigen ich bleibe hier hängen also man sieht da unten ist es jetzt wollen wir aber jetzt unten lassen kommen jetzt lassen ich da vergammeln also es geht schlichtweg nicht deswegen habe ich jetzt auch schon hier den creative mode weil der rest der mit der funktioniert nämlich das heißt dann müssen wir jetzt hier zurück geht euch jetzt einfach mal zu mir okay dann müssen wir leider diese eine minute die wir jetzt hier für das ding gebraucht hätten dabei belassen weil es geht schlichtweg nicht im single player geht wenn nur einer auf dem server ist geht es auch aber sobald mehrere drauf sind war es das jetzt fragt mich nicht woran das liegt ja das ist halt ja minecraft dead minecraft logik so aber ich meine es ist weich war das absicht weil wir haben ja ein trash adventskalender das heißt wir wollten euch unbedingt jetzt ein trash hier noch mit rein der checkpoint ist schon offen wäre ja irgendwie blöd wenn das alles normal funktionieren würde jetzt ne richtig wäre viel zu langweilig ich bin irgendwo am arsch gerade erstmal gespawnt am arsch an einem an schön aus wenn du stirbst dann wieder hier unten wäre ich irgendwie nicht und jetzt bin ich irgendwo also sollten wir sollten wir sollten uns eh game mode geben weil okay wir wollten 1 warte ja weil wir sind die checkpoints extrem langsam ja echt so also weiter geht's ah verdammte kacke dumm 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 warte ich muss ein game mode raus machen äh anmau ey dieser verkackte kacke so hast du es geschafft komm hier vor max los wohin hier zu mir beide ja ein game mode drin eigentlich ist das scheiße mit game mode wir können uns gar nicht mehr aber es ist oder komm lass mich vorauslaufen alter jetzt lauf das ist langweilig los rein mit euch das ist nämlich das ist eine schöne spielmechanik wenn man hier nämlich einfach rüber rennt fällt man hier runter aber wenn man das natürlich weiß dann ist es langweilig ja ich wusste das glaube ich auch schon ups juhu willkommen in der dunkelheit ach du scheiße die map ist natürlich grenzweise langweilig zu zweit alter ich hab irgendwie grad voll die frame anbrüche trotzdem kann mal einer von euch auf den button dahinten drücken welchen button da ums eck ist ein button wo nicht da ich dachte ihr kennt die map meine güte ja ich kenn die ich hab die einmal gespielt vom vom jahr oder so ich auch das ist schon übel lang her ja ach das mein ach da hab ich gar nicht drauf gedrückt ups ja und jetzt ach göttchen viel spaß hey what the fuck deswegen ok alles klar juhu boah ist das lang her das ist richtig richtig lang her dass ich dir gebaut habe ich muss meine brightness mal hoch stellen hier denn muss man denn hier hin hä was ach wir sind sie unter wasser gerade ja hier irgendwie ach da ist ein knopf ich hab den knopf nicht gesehen hier ist der knopf drücken auf den knopf oh danke gott creeper ach du scheiße ey ah gott da war ja die leiter hoch geht jump upsala oh creeper meine leitersachen sind wenigstens leicht ja wow nicht für mich wow so jetzt aber mal sehen ob ich es noch hinkrieg waren das nicht einfach alle ja waren das nicht einfach alle ist das schon auf wow wie hab ich so jetzt kommt da drüben das licht an genau oh nicht geschafft jetzt müssen wir jetzt müsst ihr da drüben weiter oder jemand schafft den diggersprung ja das glaube ich ja welchen ja diesen sprung kann man schaffen und dann dann kürzen wir den ganzen raum ab weißt du dummd ja du bist kompetent ach so noch ein renner fliegen ach und wo muss man hin jetzt da drüben da wo es licht angegangen ist ey nicht einfach an mir vorbeifliegen die seite auch oh lol fliege raus so lol oh lol alter jetzt nicht die ganze treppe nur mal hoch diese einfachen sprünge sind teilweise arschig ja ist echt so irgendwie covern sich bei 500 jumps ey lass jetzt bloß den hebel da an achso stimmt du warst da ja schon achso ach da auf der anderen seite musst du halt auch diesen einen hebel noch nein ach kacke nein scheiße ich hab hier was aus hinten alter du bist so ein vogel der max was denn ist doch nicht passiert mit spaß jetzt durfte der creeper anfangen zu kotzen genau und er ist einfach so ein squid gerade mit runter gefallen der wurde runter geschwemmt wimmen wir da hoch oder viel oh zu weit alter ich komme nicht rein boah ist hier ein squid spawner alter boah what 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 the fact whoops juhu hä ums in der leiter an der seite also an der anderen seite einfach so um die leute zu verfallen das für fun juhu muuu das war vor der zeit als man sich noch loren spawnen konnte so hallo bewegt dich ey max max hat gerade eine schiene kaputt gemacht der arsch du arschknochen boah lol lol ich bin außerhalb der map oh ich auch aha lol jetzt bin ich bei skate hier warte hallo alter max ey ja wat denn du machst noch die ganze map kaputt ja die ist doch schon kaputt ist das langweilig wenn man euch nicht runterschlagen kann ja du bist das immer im game mode alter was ist das denn hier die lebel aber ohne spaß ich fand ich fand das gestrige türchen das war echt verstörend hey ach so was passiert da einfach wieder auf und zu machen sehr gut was ist das denn hier für ein porno keller ey hä ach Leute hier muss man gar nicht rein ne das ist nur so optional oh man ja und jetzt wie komm ich jetzt hier raus ich hab euch jetzt eingesperrt ok komm lieber her und guck dem spektakel zu wo bist du denn ja man kann auch einfach unter den pfeil durch ach lol so ihr habt ihr euch geschafft zu befreien ihr cheater ja ja gar nicht oder so so wir sind einfach wir sind geister du meinst da ja mal sehen ob das überhaupt noch funktioniert ja da yeah oh voll episch wow da geht das noch boah es geht ich war doch bis in 1.7 noch geht glaub da bleibt es jetzt stecken ne doch nicht haha verarscht boah es geht noch boah genial genial genius mach mal einer da drüben mach ma mach Mut das mach Mut jetzt macht er macht er macht er wirklich Mut oder er sie machen und nicht machen und macht Mut so so was schreibt ganz gut ganz gut ja ich habe es hier ich habe es auch so ohne schicken geschafft jetzt kann man mal hier ein bisschen Easter Eggs suchen gehen haha hey nein entweder die vorderen beiden oder die hinteren beiden je nachdem was du öffnen willst oh ja ja willkommen im porno keller da die frames einsacken porno keller 2.0 ey mit letztens dieser sprung hab ich sag mir auch alter bei 21 jetzt geht es los 21 fps es läuft ich habe 30 es sieht bei mir immer noch voll flüssig aus ich habe noch 30 ich habe 38 fps schon 38 und 27 ich habe das übel am lenken irgendwie ja klar alter 20 19 18 wie konntest du das damals bauen ey das weiß ich noch das habe ich übersprungen weil es einfach so scheiße laut schon wieder ist weil es so scheiße einfach ist ja das ist so schweine einfach denn der der erste sprung ist wirklich schweine einfach und an denen sind so viele leute verzweifelt lol boah das ist aber echt schweine laut hier drin übel ja deswegen ich habe gerade schon meinen sound fast ausgemacht ey vor allem auf einem server lag das so ein bisschen im single player ist das ohne problem machbar aber im server ist das so ein bisschen anschlag ja deswegen ist halt minecraft darfst du nicht wieder warten wenn du den server machst und nein verdammt alter ich weiß gar nicht ob auf dem server dieser sprung wirklich machbar ist weil das ding sich immer so rein und raus lädt na doch der war gerade schon machbar ok aber es ist schon ein bisschen hart jetzt lächst es langsam aber ohja von mir ist es gerade irgendwie in zeit nach ja vielleicht sollten wir den teil hier echt überspringen ja du kannst es gerne machen aber ich überspringen das jetzt das leckt mir zu hart was hier denn bei dem checkpoint dann geht die türen auf achso ja keine ahnung ist echt lächig das ist eh da muss weiß ich hatte ich so den geilen dinger dann wie der teleport funktioniert nicht mehr kaputt ey epic alter man muss wirklich nach jeder scheiß minecraft version eine adventure map wieder updaten ist zum kotzen und einfach alles nicht mehr funktioniert ja obwohl der teleport der geht glaube ich also dieser aufzug der geht im multiplayer eh nicht so richtig doch also gehen schon glaube ich der ging glaube ich mal boah jetzt sind wir bald auf dinger niveau auf t3 c niveau hier ja so langsam geht es los hier ha 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 wie geil sein wir fehlen das ist eigentlich immer nur jetzt kommt der arsch jetzt kommt skage arsch joutu ups nein kackert ey kackern oh ich hab's geschafft oh ja oh ja ach geil durch checkpoint schon offen nein jetzt ist er offen okay ey lass den checkpoint auf nein nicht wieder zu ups boah boah alter eh hackpon boah wie skat sich diese ganze einfache scheiße hier rausgesucht hat ey weißt du jetzt kannst du voll hacken boah ist das ekelig voll getitelt boah alter hier wird jetzt richtig arschloch Leute wie geht das denn bitte ja weiß ich nicht du genau du musstest glaube ich so springen ganz genau dann ist er nämlich einfach nein musstest auf die dings da wo wir uns da rauf gehen auf den Zaun dann geht der nämlich auch da glaube ich auch früher dran verzweifelt deswegen hat das auch immer so lang gedauert jetzt lass mich bloß oben jetzt lass mich bloß oben ey rückwauscher so los alter bist du richtig schlecht master alter fick dich jetzt mach komm ich weiß gar nicht ob die challenge hier oben noch funktioniert äh episch episch äh alter ich steh in dem Ding drin bist du jetzt schon aufgegeilt hä okay diese challenge hier hinten funktioniert auch nicht mehr jetzt komm mach ey master geht doch alles einfach Alter das Ding hier hinten funktioniert auch nicht mehr ey das ist so schade dass einfach nichts mehr von hier wirklich geht aber wir sind doch schon durch oder fast ja fast übrigens ist das hier nicht das ende schon hui herzlichen Glückwunsch du hast es geschafft wow ach stimmt jetzt geht es ja da noch in diesen einen Fahrstuhl rein das habe ich sogar noch gesehen wie du das gebaut hast glaube ich ja früher hat hier mal alles so schön funktioniert ja ich weiß da habe ich das auch gesehen wie diese Map gebaut hat voll komisch kenn ich auch nicht kenn ich ihn gar nicht ihr seid wow häh häh zu funktionieren denn bitte die command-blöcke nicht mehr Häh hast du vielleicht command-blöcke nicht an? ja das glaube ich Yeah Sil nur sind aber nicht eingeschaltet chade Gott dann müssen wir eben hoch fliegen oo so geschafft wir sind fertig mit der welt ging ja relativ schnell ich hab doch gesagt man braucht eine viertelstunde okay alles klar das war jetzt auch wieder ein guter trashy so trashy fand ich das jetzt nicht es ging doch ja geht dann erstmal wieder achievement dann sehen wir uns morgen wieder oder das würde ich auch sagen ich weiß doch noch nicht mit was aussehen uns morgen wieder tschüss ja setzt hier boote hin tschüss fetter junge setzt boote in minecraft tschüss tschau tschau